Was machen wir denn heute mal? Heute machen wir mal jetzt die schöne Rinderkoteletts. Und ich hab da noch so einen schönen Schweinerücken heute mit Schwarte. Also die Schwarte wird langsam. Die Koteletts brauchen ein bisschen Soße. Das heißt Zitrone. Und nebenbei wird die Brühe für die Hunde gekocht für morgen. Aber das Koteletts, da ist die Schwarte, die wird auf den Knochen weiter gebraten, dass das langsam durchzieht. Und da ist nur Salz drauf, nichts anderes. Pfeffer kann sich jeder nachher am Tisch wegnehmen. So. Und ich hab eine neue Schürze. Und wie geht's? So geil. Danke. Danke. Danke.